Ja, wird aber noch ein bisschen dauern. Ich wollte sagen, ich hab doch hier schon wieder ihren Stöhnen gehört. Oh nein. Shit. Oh nein. Haben wir es jetzt? Okay. Okay, wie viel haben wir jetzt noch? Ich hab ja ganz schön viel verballert. Geht eigentlich. Obwohl. Aber ich komm... Oh toll, jetzt komm ich da wieder nicht ran. Okay, das ist glaube ich das Beste für die Viecher. Hä? Hä? Oh nein. Das Ding ist da irgendwo in der Ecke. Dann bleibt das beim Brennen, dass das irgendwann weg geht. Ein Challenge schon, aber ich muss da erstmal irgendwie rankommen. Ja, wo ist das Schatz? Mann! Ich hasse dieses Scheißviecher. Hört auf. Okay, das ist weg. Aber der Rotz ist halt immer wieder hierher. Und immer noch ein zweites, ey. Hab ich hier überhaupt noch? Und dann noch ein... Oh, leck mich doch am Arsch. Wo bist du Scheißviech? Oh Mann, halt diese... Wer hat sich diese... Ach toll, ich bin ja noch gar nicht tot. Wer hat sich diese Scheißviecher ausgedacht, Mann? Oh, die gehen... Ah, toll. Toll, jetzt seh ich's. Die gehen ja mit am meisten auf den Sack. Ist doch wahr. Ja, das sah gerade für einen kurzen Moment mal ganz gut aus. Und jetzt wieder so eine Scheiße. Naja, vielleicht kann ich die ja wenigstens für irgendwas anderes noch mitnehmen. Naja, sicher muss ich da hin. Scheißviech, Alter. Entschuldigung, aber die... Die und die Krabbele sind halt echt am nervigsten. Weißt du, was wir mal machen? Auch wenn das jetzt ein bisschen dauert, ist mir egal. So, muss mal mit. Gute alte Pulle. Natürlich ist hier nirgendwo Energie. Okay. Wie viel kann ich denn... Okay, ich kann nur mal bloß eins. Okay, ich kann nur noch mal bloß. Ich wollte gerade sagen, wenn ich hier nichts, wenn ich jetzt hier nichts kriege. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Oh, lol. War ich ganz übersehen. Ernsthaft, du kannst nicht aufgehen, wenn ich nicht davor stehe. Ach komm, Alter, jetzt bleib doch mal offen, du Scheißtüre. Schnauze. Das hat wenigstens funktioniert. Okay, machen wir mal die zweite auf. Ach. Fuck, das ist schon schön. Ist schon okay. Wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, hier an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass hier nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Weiter. Wofür? Dafür, dass du mich motiviert hast, das durchzuziehen. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch sechs Monate auf dich verzichte. Ich verwirr. Isaac? Nick? Isaac, hörst du mich? Nicole? Ich melde mich so schnell, ich kann, okay? Nicole? Isaac! Hey, kannst du mich hören? Hallo, Nicky. Na toll. Das ist ja super. Ich habe den Marker rufen. Na, nehmen Sie es auf. Was macht das für einen Unterschied? Terence, ich weiß, dass der Marker für den Ausbruch verantwortlich ist. Ich muss herausfinden, wie. Sein Signal. Wenn es pulsiert, kann sich das Signalveränderungen im genetischen Code auswählen. Sogar in der neuronalen Struktur. Sie haben es gespürt, nicht wahr? Aber wie kann ich es aufhalten? Mercer muss es wissen. Er hat die Ergebnisse seiner Markerforschung aus Besatzungsdecke gebracht und versiegelt. Nein. Nein. Versiegelt? Wie, wie? Bitte. Ich brauche Mercers Daten. Nein. Er wird sie umbringen. Noch mehr Tote kann ich nicht verantworten. Unitology war mein Ein und Alles, nachdem ich Amelia verloren hatte. Und was ist daraus geworden? Terence, hören Sie mir zu. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Fuck, ich selber nicht, dass ich deshalb auch sechs Monate auf dich verzichte. Sie haben Amelia genießt. So wie ich Isaac liebe. Doch wenn ich diesen Ausbruch nicht stoppen kann, sehe ich ihn nie wieder. Bitte, helfen Sie mir. Drei, neun, zwei, sieben, sieben. Wenn Sie unbedingt in Mercers Quartier wollen, sollte dieser Code immer noch funktionieren. Danke. Ah, okay, das war das schon gewesen. Aber ich glaube, hier ist das auch Quartier inaktiv. Ich will mir das letzte Ding nochmal holen. Wisst ihr, was mir nämlich auch gerade eingefallen ist? Ich meine, ich habe wenig Stasis, ne? Aber zumindestens die Viecher, die hier an der Seite sind, bevor die rotzen können. Das lief ja bei dem Ehenviech auch ganz gut, dass wir die vielleicht einfrieren können. Weißt du? Das war so meine Idee. Außer dem war das eigentlich... Toll. Ähm. Die Dings hätte ich hierfür gedacht. Toll. Das ist, weil ich da unbedingt reinlatschen wollte. So, machen wir das letzte auf. Okay, das letzte ist doch ein bisschen zugeklebt. Den kriege ich auch nicht weg, ne? Leute, hätte ich mir jetzt noch sparen können. Naja, gut. Äh, wir haben auf jeden Fall das, was wir brauchen. Das kann ich nicht machen. Hier müsste ich zur Brücke zurück und da muss ich das andere Rigg finden. Wir sind ja eh noch, glaube ich, noch lange nicht fertig. Äh, wenn wir erstmal das Hauptding machen, ne? Und dann, wenn wir in der Nähe vom Dings wieder sind. Aha. Äh. Wenn wir uns die anderen Rigg holen. Viele sind es ja eh nicht mehr. Hä? 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 Das sind aber, glaube ich, trotzdem nicht die gleichen Viecher. Also die uns dann immer da anrutzen, so eine Scheiße. Ja. So. Ah, okay. Weil die tun eben, glaube ich, bloß, dass, wenn man irgendwie nah genug reinkommt, hat man ja von eindrucksvoll gesehen. Okay. Dann, komm mal ran hier. Obwohl ich ganz gerne wieder eine Dings hätte, ne? Obwohl, da ist eine Dings. Die ist nicht umsonst da. Glaube ich zumindestens. Ah. Loll, warte, 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 warte. Oder nee. So spät gesehen. Hä? Meine Ene habe ich noch hier. Wo ist es? Oh, Glück gehabt. Toll. Mann, als ob. Oh, Junge. Kickst dich doch mal aus, du klamaschige Scheißteil hier. Meine Fresse. Was? Na super, und dann muss ich auch wieder zur anderen Seite zurück und ich habe die Dinger noch nicht kalt gemacht. Oh. Die gibt noch. Oder ist das jetzt unsere Einbildung? Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich bringe uns nach Hause. Es gibt einen SOS-Sender in der Nähe. Wir können Hilfe rufen. Der Sender? Stimmt. Sie haben ihn in der Werkstatt eingeschlossen. Aber mit meiner Freigabe kommen wir rein. Hier entlang. Okay. Irgendwie habe ich das komische Gefühl, dass das bloß ein Hologramm ist. Also. Ich weiß, die sieht nicht so aus, aber. Ich muss sie gerade gleich beschützen, oder? Holen wir den Sender. Alle zählen auf uns. Ich muss sie gerade auf uns. Oh, Junge. Ach, ich hab ja gar nichts mehr. Ja. Ja. Ich hab gesehen, wie gut das funktioniert. Och, leck mich. Ich wusste doch nicht, dass die auch da drüben ist. Okay, sie sind definitiv echt. Obwohl, sollte ich da so eine Sprenglade rüberballern, wenn die gerade da ist? Wäre vielleicht nicht so günstig. Aber ich hoffe, die haben jetzt hier ein Safe Point gemacht, wo wir schon drin sind. Alles andere wäre ein bisschen fies. Okay, hab ich hier schon wieder alles hochgeladen? Jo. Dann willst du was? Wir nehmen dich mal mit. Na toll, Flammenwerfer. Ich weiß, dafür haben wir später noch Zeit. Holen wir den Sender. Alle zählen auf uns. Ach komm, Alter, als ob der mich getroffen hat. Alter, du lebst ja immer noch. Kannst du mir doch nicht erzählen, Mensch. Junge. Klar, der verträgt wesentlich weniger wie die. Wow, mal umstellen hier. Kommt dann auch hier? Da kommt bestimmt noch eine Welle, oder? Na gut. Wollt's mit der jetzt auch? Wenn du noch mehr siehst. Ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Du schaffst das. Es sind doch ein paar. Du bringst die Dinge wieder in Ordnung. Und machst uns wieder vollkommen. Jo. Fertig? Alles klar. Tschöö. Was ist das denn da? Oh, okay. Das ist der SOS-Sender. Kann ich vorher mal speichern? Was? Schema? Mina bei der Rick. Mina bei der Rick? Na, wirst du wohl. Ja, ja. SOS-Sender, aber... Aha. Oh, gut. Wovon die Credits... Ob ich mir wirklich vielleicht mal Munition kaufen sollte? Wäre vielleicht nicht das Schlechteste, oder? Okay, wir haben's. Also, ich hab den Mix-Signal verloren. Wie haben's? Alles okay. Ich habe den SOS-Sender. Nicole hat mir geholfen. Nicole ist da? Wir wurden getrennt. Aber sie findet schon einen Weg zurück. Sie ist meine Kämpferin. Nicht was? Ich gehe zurück zum Abbau-Kontrollraum und starte den Sender. Sieh du nach, Nicole. Solange das System nicht wieder versagt. Bleib wachsam. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Leute, hier kam gerade was. Ich hab da was gehört. Irgendwas Schleimiges. Oh, ja. Toll. Wieder zu spät ausgewichen. Warte, 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 warte. Erstmal runnen. Warte, warte, warte. Kommt das doch hier sehr bekannt vor. Ich wollte gerade sagen. Ich hab die Dings hier fast noch übersehen. Aber ich brauch die Schwere... Oh. Ich brauch die Schwerelosigkeit, ne? Aber ich würde erst gerne mal die Dinger loswerden. Okay, der ist da hinten. Ich mach die Schwerelosigkeit wieder. Ja. Nein. So rum. Ich hoffe, das ist der Einzige. Weil ich weiß, wir sind hier schon durch. Wer kotzt denn mich immer? Ach, komm. Nein, da ist ja noch einer. Anscheinend. Au. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Hä? Was machst denn du, Mann? Du sollst weiter runter, Junge. Okay, ich bin richtig. War das jetzt hier was zum Speichern? Ja, und er kann mich nicht treffen, ne? Warte mal, war da noch eine Kiste? Ach komm, scheiß, was drauf. Wenn wir hier safe durchgekommen sind und ich mich nicht wie ein kleines Viechern aufregen muss, das ist auch immer das Schlimme. Hach. Schwerelosigkeit deaktiviert. Na ja, bevor wir irgendwo hinfahren, ich will muss mal gucken. Das war bis das. Und die sind nur blockiert. Und hier muss ich zur Brücke. Okay, gut. Na ja, machen wir erst mal. Machen wir erst mal weiter. Und ich glaube, danach würde ich dann doch ganz gerne mal ins erste Abteil wieder zurück. und vielleicht mal ein bisschen aufräumen. Es sind zu einer Probe wieder neue Viecher da, die hoffentlich nicht so stark sind. Und das Eneric da noch holen. Weil jetzt müssen wir es auf jeden Fall kriegen. Aber lass uns erst mal natürlich keine Energie. Energie. Energieausfall. Na? Na? Ich wollte gerade sagen, treffe ich das überhaupt von hier? Ah, toll. Ah doch, jetzt habe ich. Ja, klar. Hä? Hä? Hä, wo ist es denn? Ach, da. Da ist noch was. Ich weiß bloß nicht wo. Ich kann sagen, ich höre es bloß, aber ich habe es nicht gesehen. Boah, äh, ja. Alter, ihr mit euren verfickten, angeblichen Schutzanzügen hier. Ich wollte gerade sagen, äh, toll, Ganze vier. Ah. Ja. Ja. Die können hier aber auch auf den Sack gehen. Hätte ich da mal unendlich Munition für, wer das denn da ist. Okay, da sind die Dings. Ah, okay, muss ich ja da stehen lassen. Jawohl. Ich nehm's aber bloß vorsichtshalber weg, ne? Falls man hinten wieder ankommen will. Sind wir safer. Obwohl, warte mal. Ne, 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 ne. Alter, Kisten. Ach, Kiste, Mann. So. Das gleiche gilt für hier. Ich hab's irgendwie im Urin, dass wenn wir hier wieder rauskommen müssen, dass die dann von beiden Seiten angesteitert kommen. Aber, dann brauchen wir uns um die dann wenigstens nicht kümmern. Ach, Leute, hier sind wir wieder. Oh, nein. Ach, Scheiße, Mann. Diese Klingkack-Dinger. Als ob ich die nicht getroffen hätte. Äh, ne, ich bleib mal dabei. Oh, deswegen wollte ich bloß mal gucken. Wir hatten noch irgendeine Platine, hatten wir doch, glaube ich, gefunden gehabt, ne? Mittlerer... Ach, sooooh. Oh, und sein Anzug. Der kostet 35.000. Mit dem Inventar auf, vielleicht 25... Oh, das brauche ich. Okay. Vielleicht. 3000. Und da war die 10.000. Jawohl. Okay. Dann ist klar, dann muss ich. Mir geht's da gar nicht mal so um die Inventarplätze, sondern wirklich eher um die Rüstung. Weil man sieht's ja, glaube ich, ich brauch das schon. Und damit müsste theoretisch Rüstung voll sein. Ich weiß nicht, wir müssen halt mal an die Werkbank gehen, ähm... Um zu gucken, wie die Stränge da aussehen. Aber ich glaube, viel mehr Schema wird da nicht kommen. Vielleicht noch maximal eins oder so. Aber Hauptsache mehr Rüstung, Alter. Hauptsache mehr Rüstung. Ja. Und jetzt reicht das nicht mal. Wie viel kostet denn hier? Sechs Stück 1200. Sollte ich's einfach mal machen? Ja, komm. Ich werd's noch nicht gleich nutzen. Ich mein, Inventarplatz... Oder, einem Inventarplatz kann man's eigentlich sehen, ob... Ja, doch. Vielleicht gibt's noch eine... Ein Upgrade. Aber ich mein, so viel Slots brauch ich ja da gar nicht mehr. Hatten wir hier oben noch eine Werkbank? Ja, mir war doch so. Okay, das Streuen wird aber trotzdem noch nicht voll sein. Knoten haben wir eh keinen. Warte, 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 warte. Was ist mit... Ah! Willst du mich verarschen, Alter, während ich an der Werkbank bin? Was ist das für eine Ficke, Mann? Ja, und jetzt komm ich hier nicht raus. Willst du... Alter! Nein! Oh, hallo! Was soll denn die Scheiß... Ernsthaft? Was soll der Mist? Wo bist du Scheißvieh? Ey, komm, das ist doch... Komm, das ist Scheiße. Sowas reinzubasteln, während man in einer Werkbank ist. Und ja, ich wollte vorher noch speichern, aber ey, hab ich's gemacht? Nee, hab ich nicht, ne? Ich wollte das mit der Werkbank machen und dann wollte ich speichern. Aber komm, das ist Scheiße, wenn man an der Werkbank ist, dass die Viecher da ankommen können und sich da schön aufreien, dass die auf einmal zu dritt oder zu vierter sind. Das ist doch... Das ist doch kacke. Ach, natürlich, Alter. Willst du mich verarschen? Steht hier einer am Spawnpunkt oder was? Ey. Also, manchmal die Autosafedinger sind... Ey. Klar, wo war ich denn jetzt stehen geblieben hier überhaupt? Okay, auf die scheiße ich jetzt mal. Die lass ich so. Das ist doch rödig. Also, beim besten Willen. So, hier kam er gleich noch. Ach, jetzt kommt's auf jeden Fall nicht mehr, oder was? Und wetten, jetzt kommen die anderen da hinten auch nicht? Hey. Ne. Komm, Junge, wir haben das schon gesehen. Kekst dir aus. Ich speichere jetzt dann gleich mal, bevor ich an die Werkbank gehe. Weil ich wollte ja halt einfach bloß gucken. Warte, aber das nehmen wir noch mit. So, dann sind wir auf dem gleichen Stand. Obwohl ja wahrscheinlich Speichern auch dumm wäre, wenn die Leute da kommen. Ja, Leute. Wenn die, wenn die Viecher da kommen. Oder jetzt kommen sie auf einmal gar nicht. Oh, hab ich das übersehen? Wie nett. Nee, wir haben noch Platz für mehr. Aber wir können auf jeden Fall noch auf Gesundheit gehen. Wenn wir das wollten, bräuchte ich aber... Naja, mindestens drei. Siehste, ich wollte ja bloß mal gucken. Ja, nö, leck mich. Ich muss doch hier lang, oder? Nö. Nö, geh mir hier auf den Sack. Fällt dir einen da rausgescheißer zu kommen. Loll. Muss ich sogar nicht mal rein. Aber da könnt wieder... Ich bin so, 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 ich Vielen Dank.